das machen wir wieder weg das ist scheiße der sieht derzeit der hatte die hälfte derzeit nur die hälfte der straße ach so das sieht scheiße aus das will ich nicht bla 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 das war schon ein ganzes bilder so für bürger sollte jetzt erst mal da zeigte dann die hälfte der straße aber das ist jetzt nicht so will es das heißt es ist ein gewohnheit sollte genug sein so kriege der finanzabteilung ok und genauer davon entfernt also 3 2 1 upgrade die stunde fertig ist die jetzt fertig ist so das bricht finanzabteilung um die kinder nicht direkt dahin damit die sich schon damals nicht mehr hochziehen die leute so ich hab noch 1 2 3 4 1 2 3 4 5 aber ich hab noch 24 felder die nein 24 25 26 27 felder die noch unbewohnt unbebaut sind diese jetzt gleich noch hochziehen und ich hab 5.000 6 6.000 bewohner so genehmigung ist draußen müsstest gleich hier nicht müsstest du finanzabteilung haben ok kannst die steuern richtig setzen kriegst märsche aber weiter komm ich lass alles mal auf 9 dann motzen die ganz oben nicht dann guck ich wie ich mit dem fertig werde so was brauchen wir können wir hier noch hinbauen wir wollen parks mama nein das bringt mir nicht viel ok okay wie groß als ist das ding groß hm leck mich fett am arsch aber boh wenn ich doof kann ich eh nicht sehr bauen ich wollte gerade ein Schädter der Zukunft ding bauen achso ich wollte mir aus dem Mund Lobby schmeißen ja mach das mal viel spaß hier noch über den parks mama da noch da noch da noch und da noch und da auch noch und da habe ich jetzt hier noch ein Stückchen und da noch ein Miststück jetzt bin ich von 3000 auf 2100 drunter gesagt weil ich 1080 für so einen scheißpark ausgabe was hat denn auch hier so viel würde ich jetzt nicht ausgeben ich gucke mal damit die nach ganz oben direkt kommen das kräfte ja nicht ganz nach oben ne ne du brauchst ja die scheiß Grundstückspreise bis da oben sein ne ich kann garantiert nicht für die Zukunft bauen mein Freund nein ich will nicht aus dem Lobby fliegen so das hat man auch schon mal erledigt kippelig kippelig so ich habe mal eine Gruppe geschrieben warte ja Chris mal hat gefragt ob Sport morgen auch ausfällt aber wir haben ja den Grimm und Grimme Sportlehrer und wir haben die Doppelstunde ah gut dann fällt das nicht aus ich glaube nicht ohne Grund ne ja das ist das ist geil ne ist gut ey nicht die Frau hust 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 nein nicht die aus Minecraft Folge gleichzusetzen oder sogar schlimmere na schlimm würde ich nicht sagen aber gleichzusetzen auf jeden Fall gleich auf jeden Fall so wollen wir die andere okay wackelt der Bildschirm aber kein HP auch gut hh 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 der wäre so okay jetzt geht's los 4300 Plus live läuft ich habe keine die Felder sind noch nicht bebaut also bäuchert auch keine Straßenweite und da würde ich auch nicht machen war auch geil ne ich habe ja von 5000 Bewohnerkristalli Upgrades ne ja ich habe gerade 3700 Bewohner Tendence sinkend ach so achte denn sinkend ich habe 4000 Bewohner Tendence stets steigend gehe ich davon aus ja und ich habe es immer bis zum ersten Upgrade ziehe ich die Schöpflop ist die O dann sagt die Berufsumwohnerzahl auf wiedersehen das ist sogar die checkt dass einfach nicht ja wer habe ich Geld dafür gibt es da mache ich doch schneller mein Freund ich habe jetzt eine gebaut also jetzt gerade eben ja ich werde es gleich auch anfangen ich habe 56.000 61.000 so ab jetzt industriegebiet damit weil da bereits am schnellsten naja voll ausbauen kann ich dich nicht hat mir die feuerwehr dinge brennt und brennt und brennt weiß hauptsache wir stellen noch leute ein zwei garage gleich kommt die vierte er gesagt jetzt kommt die vierte zu wenig sagen jetzt noch vier stunden war dreieinhalb er gesagt ich habe den richtigen koppelstatt aufgezogen das ist auch nicht so problem auch gut ich habe die feierwache bis auf eine ein dingens eine garage die ich jetzt gleich noch bauen werde habe ich aufgebaut und das geld steigt und die besucher hundertzahl sinkt ich trägt das nicht gut die nehmen sich jetzt da ist jetzt nicht mehr millimeter millimeter haus weil die größer werden ja aber wo ist der sinn ich mache 5000 plus bei 3100 bei 5000 habe ich 2000 plus gemacht na gut und ich ziehe gerade eine feuerwehrwache hoch ja ich auch ich habe jetzt krankenstation und feuerwehrwache also eine klinik dafür habe ich jetzt gar kein geld als habe ich noch 4.000 ich will mal wissen wenn ich dies die lange straße upgrade wie viel das jetzt wie das kosten wird pass auf jetzt gucke ich mal also für das erste upgrade für diese straße kostete schon mal 4000 geht ja noch aber diese schon relativ lange warte mal für das für das dicke straßen stück 10.000 das ist auch meine sommer und für das hier 12.000 und das hier mit brücke okay das ist dann nur die brüchenschale ja die mission mache ich gerne die schaffe ich immer was soll man die feuerwerksmission da ne die schaffst du immer du brauchst zwei garagen du schaffst die ach so dann kriegst du mal in 50.000 sagst du finanzabteilung haben wir ne die finanzabteilung ist online okay online ja so 4000 bewohner 6000 plus geht doch und noch mit 6 7 Felder die noch zu bebauen sind die Stadt läuft gut was ein gamefehler war das ja kann auch nicht so ein pfeil äh das kann ich gleich beschreiben das ist nach das ist das so nimmt das die brücke lol das ja muss ich musste gucken die folge dann siehst du das das sollte eine brücke werden so halbweiße hat es aber nicht geschafft ach ihr scheißindustrie fucker warum brennt ihr denn alles ab wahrscheinlich vorne und dicke schild wir achten auf sicherheit ja klar sorgen dafür dass ich ihn so verkacken jetzt habe ich nichts kein geld in den sand gesetzt nur kein geld gekriegt super was eine ausbeutung aber wenigstens ist die feuerwehr gut dran sind nur verlassene häuser sind noch keine ich habe jetzt auch noch nur verlassene die industrie kann sogar boah was als als hä da brennt was du siehst ja die siehst schon kein Haus mehr nur noch flamm was ist das ist das feuer weiß ich nicht fass mal rein boah nee das will ich nicht dann wirst du merken wo ist halt eine planier aus da so null beides auf null plus siebentausend machen um sch 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 nd